Musik Jojo YouTube, was geht ab? Herzlich Willkommen auf dem Credit Pub-Stomping-Channel zu einem neunten Game-Blick-Ompel und was ihr heute im Hintergrund seht, ist eine 60 Sekunde klar das von unserem spanischen BO3-Pub-Stomper schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei, wer auf geile spanische Gameplay steht auf jeden Fall ist das Ganze auf Combinator, das spielt in Hardcore, mit der Razorback also Standard-Gameplays sind Hardcore außer halt, dass es eine richtig schnelle Nuklear ist und deshalb rede ich auch so schnell heute habe ich ein spezielles Thema mitgenommen nämlich, ich mache heute eine FAQ-Ankündigung das heißt, schreibt uns lustige Behinderte oder auch ernste Fragen in die Kommentare bezüglich Joinen, whatever alles was ihr wissen wollt auf jeden Fall werden ich und Luxus wahrscheinlich das FAQ zusammen machen also ist es ein Dual-FAQ-Schreibt Fragen, die an mich und an Luxus gehen damit wir die auch beide beantworten können und ich würde dann mal sagen, schaut bei mir vorbei weil ich streame ab jetzt immer und falls ihr Bock habt auf Streams so ME3, BO2, so Nuklear-Streams oder Mob-Streams dann schaut auf jeden Fall bei mir vorbei ich bin raus, servus! Mas하고 es? Bis zum Schluss!